Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Von Nike zeige ich euch jetzt den Lunaglide 3 Shield. Dieser neue Lunaglide bietet dem Läufer eine fantastische Dämpfung, verbunden mit einem hohen Maß an Schutz. Es wird ein neuartiges Meshgewebe verarbeitet, das extrem viel Schutz gegen Wasser und gegen Schmutz bietet und das trotzdem für die entsprechende Atmungsaktivität sorgt. Was die Shield-Modelle ebenfalls auszeichnet, ist das stark reflektierende Obermaterial, das dem Läufer viel Sicherheit beim Laufen im Dunkeln gibt. Die mit dem Schnürsystem verbundenen Mittelfußriemen sowie die synthetischen Überzüge vom Zehen bis in den Fersenbereich sorgen für eine eng anliegende Passform und für Strapazierfähigkeit. Dieser bewegliche Fersenclip stabilisiert den Läufer bei der Landung und sorgt für ein sicheres Einleiten der Abrollbewegung. Das Lunalon Zwischensohlenmaterial bietet die bekannte weiche und angenehme Dämpfung und die Dynamic Support, die dynamische Stütze auf der Innenseite, gibt dem Läufer während der Abrollbewegung nur so viel Stütze wie benötigt. Auffallend ist beim neuen Lunaglide noch die durchgehende und unten sehr breit werdende Flexkerbe. Die sorgt dafür, dass der Schuh sehr dynamisch und flexibel wird. Ja, wer einen leichten und dennoch robusten Laufschuh gerade für das ungemütliche Wetter sucht, der sollte den Nike Lunaglide 3 Shield probieren. Und diesen Schuh könnt ihr in allen Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. 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 www.runnerspoint.com.